Alle 23 Minuten verliebt sich ein Querdenker auf Wahrheitsliebe.info. Erstelle ein Profil und klicke einfach alles an, woran du glaubst. Wahrheitsliebe.info. Lasst euch den Mund nicht verbieten. Bleibt wach. Ernsthaft, Alter. Die schon wieder. Ich komme zurück. Äh, nee, wieder. Äh, verdammt. Die Tat verkackt. Hey, lass den! Wer warntet? Wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen, wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet, dann gehst du noch mal mit mir essen. Was ist denn, wenn ihr verliert? Du hast ein Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja, seit Jahrhunderten. Ziehen im Geheimen. Kängurusziefäden. Nieder mit der Känguruverschwörung. Klingt total bescheuert. Bist du dabei? Natürlich. Wenn wir irgendwann feststellen sollten, dass es doch keine globale Erwärmung gibt, dann was? Dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man in den Städten die Luft wiederatmen kann und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern. Wenn wir los kaputt gehen, schnappt sie euch. Ja! Ist es in Ordnung? Da regt mich ja schon die Frage auf. Offensichtlich ist nichts in Ordnung. Den Beutel bitte aufs Band. Also der ist angewachsen. Der Beutel muss aufs Band. Please put the Beutel on the band.